Willkommen zu einem weiteren Screencast und heute unterhalten wir uns über das Google-Core-Algorithmus-Update vom März 2019. Was hat sich geändert und woran musst du arbeiten? Viel Spaß! Worüber unterhalten wir uns heute konkret? Zuerst einmal einige Fakten zum Update, dann unsere Beobachtungen, dann relativ coole Daten von Searchmetrics, dann Beispiele betroffener Seiten, positiv und negativ. Wir unterhalten uns über den lustigen Indexierungs-Bug und zu guter Letzt, was kann man tun, wenn man von diesem Update betroffen ist. Aber lasst uns mit einigen Fakten starten. Global wurde eben das March 2019 Core-Update am 12. März 2019 ausgerollt, wurde bestätigt von Danny Sullivan. Bei Google-Intern heißt das Update eben das March 2019 Core-Update. Essie Roundtable hat da alle Tweets dazu gepostet und einige schon so ein Myth-Busting-Post, also es ist kein Pinguin-Update etc., also super Basic-Stuff. Und was sehr auffällig ist, und da kommen dann später eh Beispiele dazu, es hat wieder Seiten betroffen, die schon Anfang August 2018, dann Anfang Oktober 2018 von diesen Core-Updates betroffen waren. Und daher ist meine Theorie, dass es einfach ganz klar wieder etwas mit Google IT zu tun hat, also Expertise, Authority, Trust. Und das lässt sich ja eigentlich zusammenfassen als User Experience. Also es gibt schon sehr viele Analysen zu diesem Update, von wegen Branding ist voll der Faktor und so weiter. Aber letzten Endes, das Interessante an Branding ist ja auch nur die verbesserte User Experience und dass der User länger auf der Seite bleibt, weil er mehr Vertrauen hat. Und dementsprechend ist das ja auch ein Thema, über was ich derzeit sehr viel quatsche, nämlich eben User Experience. Und einen ganz coolen Post, Artikel dazu, den ich euch schon öfter gezeigt habe, aber den ich jedem empfehlen würde, ist eben dieses Interview mit diesem Dan Petrovic. Das ist Geschäftsführer von einer australischen SEO-Agentur und der spricht eigentlich schon relativ früh über, wo sich Google wahrscheinlich hin entwickelt. Also von wegen, du musst eine Brand schaffen bzw. eine Entität schaffen, von der Google überzeugt ist und wo Google das Gefühl hat, da kann ich User hinschicken und diese User werden sehr zufrieden sein mit dieser Seite bzw. ihre Antworten werden dort beantwortet. Und dann springen wir einmal zu unseren Beobachtungen. Also, was ist uns so aufgefallen zu diesem Update? Und was ich da wahnsinnig interessant finde, keiner von unseren Kunden, normalerweise wenn ein großes Update ausrollt, irgendein Kunde ist immer irgendwie betroffen, aber diesmal ist eigentlich keiner von unseren Kunden betroffen und dazu werde ich dann später dann nochmal zurückkehren. Was meiner Meinung nach auch wichtiger geworden ist, ist wieder, Nutzersignale sind wieder wichtiger geworden, EAT als Ganzes, also Expertise, Authority, Trust, also da gehören auch Links dazu, da gehört wie vertrauenswürdig ist deine Webseite und so weiter. Es hat an Bedeutung gewonnen, da gibt es sowieso schon dieses Video dazu, das war eh das Google-Medic-Update Anfang 2018. Diese Faktoren sind meiner Meinung nach nur einfach ein wenig getweckt worden bzw. noch wichtiger geworden und dementsprechend alle, die ein Problem mit diesem Update haben, sollten sich auf jeden Fall das Video mal anschauen. Dann, was ganz lustig ist, bei Nischenseiten von meinen Leuten, also von meiner Crew, ist es so, Nischenseiten mit guten Nutzersignalen und im Verhältnis zur Nische natürlich einen guten EAT-Wert, die haben nicht verloren, weil ihr habt voll viele Nischenseiten mal angeschaut, die komplett in den Boden gerammt wurden, aber Nischenseiten von meiner Crew oder von Leuten, die ich kenne, die ein gutes EAT gehabt haben, gute Nutzersignale, da gibt es dann mehr noch von Searchmetrics an Daten, aber trotzdem wenig Branding, haben sogar teilweise eben einen Boost gekriegt durch das Update, weil die anderen logischerweise verloren haben. Was ein Zusammenhang ist von anderen Projekten, die ich mir angeschaut habe und auch Leute, die eine Anfrage gestellt haben, weil sie abgestraft worden sind von dem Update, klassische SEOs oder klassische Seiten, die klassische SEOs beauftragt haben, haben extrem verloren bzw. sie sind komplett vernichtet worden. Ich zeige euch dann ein extremes Beispiel. Das heißt, die ganzen Seiten, die, ja, Text ist ja nur so ein Crap, was ich auf die Webseite tun muss und der muss eigentlich nur nach WDF, IDF optimiert werden und die User sind ja scheißegal. Es geht eigentlich nur um die Bots zufriedenzustellen, wenig Backlinks, wo es wirklich rein um Technik und so technische, also tactical SEO, also wo es nicht darum geht, der User hat eine tolle Erfahrung, sondern ich mache gute SEO. Das heißt, Seiten, die was eine schlechte User Experience bieten, sind komplett vernichtet worden. Und dazu jetzt springen wir zum Thema Nutzersignale und einer Analyse dazu von Searchmetrics. Searchmetrics hat aus meiner Sicht einen fantastischen Blogpost zu diesem Update released, also würde ich Ihnen empfehlen, der betroffen ist und auch die, die nicht betroffen sind, darin es eben über das Trust und Branding voll wichtig ist. Branding ist für mich immer so, es ist schwierig, Branding in Worte zu fassen, beziehungsweise eben zu sagen, hey, verbessere dein Branding, sonst geht es einfach darum, dass ich eine bessere User Experience liefere. Und eben der Malte Landwehr, der diesen Artikel, glaube ich, verfasst hat, hat gesagt, Nutzersignale werden stärker gewichtigt und dazu haben sie sich angeschaut, eben Time on Site, Seitenprobesuch und die Bounce Rate. Und sie haben festgestellt, dass eben dieser Median, also dieser Mittelwert, wenn man eine Time on Site von ungefähr 2 Minuten 40 hat, dann ist man bei den Gewinnern und die Verlierer sind da noch ein Stück drunter, ich glaube durchschnittlich 17% oder laut der Analyse. Und es geht natürlich immer im Vergleich zur Konkurrenz nicht, dass jetzt alle sagen, der magische Wert ist 2 Minuten 40 Sekunden, sondern aus meiner Sicht muss man sich anschauen, was ist in meiner Nische so der Mittelwert, kann man sich mit einem Tool zum Beispiel wie SimilarWeb relativ gut anschauen und vor allem auch kostenlos. Wichtig dabei zu sagen ist, diese Analyse ist cool, ich bin relativ überzeugt von dieser Analyse, aber trotzdem, Korrelation impliziert nicht Kausalität. So, und dann kommen wir sowieso zum aus meiner Sicht spannendsten Teil, und zwar Beispiele betroffener Websites. Und das erste Beispiel, sage ich jetzt gleich, das werde ich jetzt anonymisieren im Video, weil das ist eben eine Anfrage, die zu uns gekommen ist, weil die eben abgestraft worden sind und das will ich jetzt nicht unbedingt outen. Was jetzt auffällig ist, jetzt gleich bei diesem Beispiel, ist zum einen Mal, es ist ein Online-Shop und sie sind von jedem der letzten drei Core-Updates richtig, richtig getroffen worden, positiv wie negativ. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel hier, Anfang August war das erste Google-Medic-Update, was ja dann doch nicht Medic war, sondern hat alle Seiten betroffen, komplett Sichtbarkeitsverlust, nachdem, dass sie vorher sehr gut gewachsen sind. Dann, eben Anfang Oktober, war der Refresh, das heißt, es ist getweagged worden und manche Seiten sind recovered, sie sind auch recovered und dann eben genau zum neuen, letzten Google-Core-Update ist es wieder bergab gegangen. Und ganz kurz, dass ich euch ein paar Randinformationen über die Seite gebe, wie ihr seht, sehr, sehr wenig Backlinks, beziehungsweise eigentlich Domain-Pop von 120 ist nicht so wenig, aber ein Domain-Rating von 7 ist extrem schwach, das heißt, das Link-Profil ist extrem schwach, das heißt, da haben wir schon diese Autorität, die fehlt bei der Seite, dann die Texte sind vorrangig eben nach WDF, IDF optimiert und weniger eben für Menschen und mehr für Bots geschrieben worden. Es fehlen Trust-Agents, das Ganze ist keine Brand, sondern eher eben so eine Keyword-Domain-Geschichte und da sieht man eigentlich schon die Gemeinsamkeiten, die Probleme bereiten. Dann, wen es eben auch erwischt hat und der ist eine Spur bekannter, ist die Apotheken-Umschau und zwar die jetzt richtig, richtig übel erwischt, wie ihr seht, bis zum 12. März war alles in Butter und dann extrem viel Sichtbarkeit verloren. Man muss nur schauen, weil da ist jetzt genau, das ist eine starke Brand und dieses Update ist wirklich, das sind ganz feine Nuancen, die man verstehen muss. Deswegen, meine Empfehlungen sind jetzt auch nicht so, hier gibt es diese Taktik, um das Problem zu lösen, sondern das Ganze ist sehr viel problematischer und sehr viel, ja, jeder, der nicht laufend SEO macht, kann das Problem sowieso nicht lösen, deswegen. Genau, dann haben wir eine weitere Health-Seite, nämlich apotheken.de. Ich habe keine Ahnung, was mit denen passiert ist, weil das ist der extremste Absturz, den ich überhaupt, glaube ich, jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob da sonst technische Probleme sind, aber sonst dieser Absturz ist wirklich, wirklich wahrlich unverstellbar. Und dann noch ein positives Beispiel, weil wir wollen uns natürlich auch anschauen, für die, wo es richtig gut gelaufen ist, und zwar autozeitung.de. Die sind abgestürzt beim allerersten Google-Medic-Update und haben sich dann eigentlich nicht erholt, sondern einfach dahin geplätschert. Und jetzt mit dem Update vom 12. März hat sich die Seite eigentlich wieder komplett auf das alte Level erholt oder beziehungsweise noch eine Spur fehlt, aber sie werden da hinkommen. Und das Interessante ist, es wäre interessant zu wissen, was da verändert worden ist. Jetzt müsste man da wahrscheinlich mit den internen CEOs von Autozeitung quatschen, aber ja. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Thema, es hat keinen einzigen unserer Kunden erwischt. Und dann habe ich mir überlegt, was sind so Gemeinsamkeiten, die unsere Kunden haben. Es sind Unternehmen auf jeden Fall einer bestimmten Größe, die auf jeden Fall ihren Fokus darauf haben, dass sie organisch stark unterwegs sind. Das heißt, die haben auf jeden Fall einen Fokus auf Content-Marketing auf der Seite und abseits der Seite. Sie haben einen gesunden Marketing-Mix. Das heißt, fast keiner von unseren Kunden macht jetzt wirklich nur SEO, sondern sie haben alle versucht, eine Brand aufzubauen, dass sie direkte Einsteiger kriegen. Sie machen Social Media, sie machen diverse PPC-Sachen, sei es über Search, sei es über Social etc. So, wir haben uns also einige Beispiele angeschaut und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Phänomen, was Hand in Hand geht mit diesem letzten Update und wo ein paar SEOs sagen, das System der Indexierung hat sich komplett verändert. Und zwar, am 5. April hat eben SE Roundtable diesen Bug da gewissermaßen reported auf ihrer Seite, aber uns ist das schon einige Tage vorher aufgefallen. Und zwar, es droppen wirklich wichtige Seiten aus dem Index, also wirklich sowas wie Startseiten. Und es gibt tonnenweise Tweets und ich habe auch mit relativ vielen Leuten jetzt schon gequatscht, es ist extrem seltsam. Plötzlich droppen die aus dem Index und wenn man dann wieder Abrufi durch Google macht, also in der Google Search Console oder beziehungsweise es einfach neu indexieren lässt, dann plötzlich kommen alle Rankings wieder zurück. Und wir wissen jetzt auch noch nicht, woran das liegt, aber ich würde jedem empfehlen, der jetzt ein größeres SEO-Projekt hat oder abhängig von SEO ist, ist, ich hoffe, dass ihr eure Rankings trackt. Wenn ihr jetzt große Drops seht in diesem Bereich und es rankt plötzlich die falsche URL oder eine andere URL, schaut euch an, ob diese andere URL noch indexiert ist. Das geht relativ leicht in der Google Search Console, weil wenn ihr das nicht merkt, dann ist diese Seite einfach deindexiert, bis ihr sie wahrscheinlich manuell wieder indexieren lasst. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob Google jetzt einfach voll Hardcore ist, wenn sie der Meinung seien, hey, diese Seite bietet keinen Wert oder zu wenig Wert, dann wird sie deindexiert, aber die Cases, die wir jetzt gehabt haben, da war es wirklich so, das war eine Key-Seite, die war superschön aufbereitet, wertvolle Informationen, gute Nutzersignale eigentlich, boom, aus dem Index rausgefallen. Ganz wichtig, dass ihr das überprüft. So, und jetzt natürlich die Frage, was kann ich unternehmen, wenn ich betroffen bin von diesem Update? Als erstes einmal, und das ist natürlich ein schwieriger Tipp zu erfüllen, weil es ist so, hey, mach einfach extrem viel SEO, is, verbessere deinen EAT-Score. Und wir haben da eh schon einen Ratgeber dazu geschrieben, besteht eigentlich aus drei Parts, das Ganze eben Expertise, Authority und Trust. Und meistens fehlt es bei den meisten Projekten, wenn ich jetzt ein Projekt analysiere, fehlt es an einer Komponente, dass irgendjemand nicht glaubt an Backlinks und deswegen baut er keine Backlinks auf, dann fehlt halt eine wichtige Komponente, wie Google Vertrauen einstuft und so weiter. Dann, was ganz wichtig ist, ist Suchintention. Dazu gibt es sowieso schon ein Video von mir und ich quatsche ungefähr in jedem Video über dieses Thema. Jedes Mal, wenn ihr ein Content-Piece fürs Internet schreibt, welches gut performen soll bei Google, dann schaut euch ganz genau an, was rankt dort, was will der User da sehen, was ist hier wichtig. Und analysiert jetzt ganz genau die Suchintention und darauf basierend kreiert ihr euren Content. Dann, was beim letzten Seminar, das Thema war, nein, vorletztes Seminar, war eben User Experience. Schaut euch an, wie ihr die User Experience auf eurer Seite verbessern könnt. Das heißt, das ist nicht mehr länger, SEO ist super technical, nämlich WDF-Optimierung, Backlinks aufbauen und Performance optimieren, sondern es geht auch darum, dass man die richtigen Seitenelemente hat, die, was die User zufriedenstellen. Und damit optimiere ich ja nicht nur User Experience, das heißt Nutzerverhalten, sondern ich optimiere auch die Conversion Rate und so weiter. Sollte sowieso Teil jeder Strategie sein und ist vielleicht einer der Faktoren, wieso es von unseren Kunden niemanden erwischt hat, weil die haben nicht nur die SEO-Brille auf, so wie wir sie aufhaben, sondern machen ja auch andere Sachen drumherum. Dann eben, wie schon angesprochen bei der EAT-Geschichte, Backlinks aufbauen. Also bei allen Seiten, die, was ich jetzt gesehen habe, natürlich jetzt die Apothekerumschau hat unglaublich viel Backlinks, das heißt, deswegen werden sie nicht an Sichtbarkeit verloren haben. Aber bei kleinen Seiten, die eigentlich halbwegs guten Content haben, aber vom Domain-Rating relativ schwach waren, die sind auch betroffen gewesen vom Update. Das heißt, Backlinks sind jetzt nicht mehr so, hey, ich muss immer Backlinks aufbauen, weil ich bin mittlerweile der Meinung, dass wenn man ein gutes Link-Profil hat im Verhältnis zur Nische, dann ist der Return on Investment von Linkaufbau relativ schlecht, würde ich mal sagen. Das heißt, man sollte schon ein Setup haben, dass man natürlich Links akkriert durch Linkbaits, aber wenn ich jetzt eine neue Seite habe oder einfach eine schwache Webseite im Verhältnis zur Nische, logischerweise in manchen Nischen ist ein Domain-Rating von 20 schon super, in manchen Nischen ist der durchschnittliche Wert Domain-Rating 50, dann, wenn ich so eine schwache Seite habe, gibt es fast nichts Besseres bei SEO oder fast nichts hat einen besseren Return on Investment als Linkaufbau. Und da gehört einfach dazu, dass man in Kontakt tritt mit anderen Seiten über Outreach, dass man seine Basic wichtigen Links hat, die auch die Konkurrenz hat und so weiter und so weiter. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich würde mich wahnsinnig freuen über weitere Erfahrungen mit diesem Update, weil so viele Daten gibt es noch nicht. Also es gibt viele Analysen, aber die meisten Analysen sind nur so, ja Branding und dralala ist wichtig, aber wir wissen noch nichts. Das heißt, ich freue mich wahnsinnig über Kommentare. Und nochmal der Aufruf, wir haben jetzt endlich einen Newsletter, der gewissermaßen unsere Webseite und unseren Podcast und YouTube connected. Das heißt, unbedingt abonnieren, wenn du auf dem Laufen werden willst über neuen Content. Und ansonsten bis zum nächsten Video und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.